Ja, willkommen zu einem neuen Video des JavaFX-Kurses. Heute geht's mit einem neuen Kapitel los, und zwar mit einem Kapitel zum Scene-Bilder. Der Scene-Bilder ist ein Programm, der uns das Designen von grafischen Oberflächen in JavaFX abnimmt und das ganze Teil dann in FXML exportiert, was wir dann einfach in unsere eigentlichen Anwendungen benutzen können. Bevor wir den jetzt runterladen, erstmal hier noch der Hinweis, das hier ist ein bisschen anders, als ihr es gewohnt seid. Das liegt daran, dass ich meinen PC gewechselt habe, seit der letzten Episode, die ja auch ein bisschen her ist. Deswegen nicht wundernfalls, dass das Bild hier so anders aussieht. Gut, dann suchen wir jetzt direkt mal hier den Download vom Scene-Bilder, worum es in dieser Episode auch geht. Und zwar geben wir hier bei unserer Suchmaschine ein, Scene-Bilder 2.0. Und dann gehen wir hier auf den ersten Link. Dann hier Ask Me Later. Und dann sehen wir hier irgendwie keinen richtigen Download-Link, sondern wir müssen ins Archiv gehen. Also hier unter Previous Releases. Und dann hier Mac, Windows und Linux Binarys for JavaFX Scene-Bilder 2.0, bla bla bla, can be found here. Und dann finden wir hier unten JavaFX Scene-Bilder. Und dann haben wir hier halt Scene-Bilder 2.0 Download. Hier klicken wir auf Akzeptieren der Lizenz. Und dann einfach hier die entsprechende Installationsdatei runterladen. Das dauert auch nicht lange. Und dann einfach installieren. Und wenn ihr das ganze Teil dann öffnet, indem ihr hier einfach sucht, Scene-Bilder 2.0, dann sollte das Ganze bei euch auch so aussehen. Wenn ihr da angekommen seid, dann habt ihr diese Folge wieder geschafft. Sonst bitte einfach nachfragen, weil sonst könnt ihr die weiteren Folgen auch nicht mitmachen. Deswegen ist das echt wichtig. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wo ich hier so einen kleinen Überblick über den Scene-Bilder gebe.